Hier sind wir im Club Seno, im Moment noch Pura Vida, wird aber nächstes Jahr Club Seno. Seht ihr hier von außen, hat jedes Jahr bis jetzt einen Touarelle bekommen. Das ist echt traumhaft schon und ein Umweltschampien, das ist Traum. Hier, das ist der Eingang und der Shuttle hat man so einen Bus hier, da kann man dann fahren. Hier steht unser Koffer. Untertitelung des ZDF, 2020